Aurora wanderte gerade über die Nordlichter. Die bunten Farben kitzelten an ihren nackten Zehen. Sie lief gerade auf den neu erschienenen Stern zu, als plötzlich eine dunkle Stimme von unten herauf zu ihr drang. Hallo Freunde der Spielkultur. Heute stelle ich euch ein kleines Spiel vor und zwar Nordlicht, welches von zwei deutschen Studenten für ihre Abschlussarbeit zur Zeit entwickelt wird. Es handelt sich dabei um ein süßes Point-and-Click-Adventure, um die kleine Familie aus Aurora, Rupert und dem kleinen Peter Silly, welches übrigens ein intellektuelles Meerschweinchen ist. Dein Abenteuer ist die Reise zur Mutter von Aurora, welche im kalten Norden lebt und so entdeckt man auf den Weg geheimnisvolle Sternbilder und muss sich ein paar Gefahren stellen. Ich stelle dieses Spiel übrigens vor, da die Beta aktuell komplett kostenlos gespielt werden kann und ihr nach dem Durchspielen der ersten drei Akte ein Datenblatt für die zwei engagierten Entwickler ausfüllen könnt, um ihre Arbeit zu würdigen und zu unterstützen. Auf jeden Fall eine gute Arbeit, die die zwei Herrschaften bis hierher abgeliefert haben und auf jeden Fall super prädikat knuddelig. Also downloaden, rätseln und bewerten für die zwei Herren bzw. für den einen Herren und die eine Dame und noch einen lieben Gruß von eurem Imperator.